Ja. Wo ist die Maske? Maske! Nase, Puder, Haare, Haarspray! Dann sparen wir das einfach auch mit ein. Kennst du das so? Siehst den Wald vor lauter Bäumen, ich kann dich nicht entscheiden, du hast total viele Ideen und bist total vielseitig und viel interessiert, fragst dich die ganze Zeit, was ist die eine Berufung für mich? Was ist meine Berufung, dem mein Herz und dann rennst du von Seminar zu Seminar und Online-Kongress und du konsumierst und konsumierst und irgendwie wird dein Wissen immer mehr und du kommst nicht ins Tun, kommst einfach nicht ins Umsetzen. Jahr für Jahr eierst du herum mit deinen ganzen Ausbildungen, mit deinen ganzen Ideen und du bringst dich aber nicht so richtig zu Ende. Du verzettelst dich ständig, deine Turbulissen werden immer größer, du drehst dich ständig im Kreis und fängst immer wieder was an und bringst es nicht zu Ende und drehst dich nochmal, die wird schon ganz schwindlig, die wird ganz schnell wieder langweilig. Es wirkt sich natürlich auch auf dein Geldbeutel aus. Und du denkst dir, warum schaffen es alle anderen, nur ich nicht? Warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Was ist meine Aufgabe hier überhaupt auf der Welt? Was ist mein Herzensbusiness, meine Herzensmission hier auf der Erde? Ich weiß wie du dich fühlst, weil ich gehöre genau auch zu dieser Spezies. Ich habe vor einigen Jahren mich genauso gefühlt wie du. Ich habe nur zu Hause gesessen, überlegt und konsumiert. Ich bin nicht ins Tun gekommen, ich bin verzweifelt. Ich hatte deswegen sogar schon Depressionen. Genau deswegen kann ich dir wirklich helfen, weil ich weiß, was es braucht, damit du in die Umsetzung kommst und wie du wirklich an deine Herzensmission kommst. Auch als vielbegabt. Möchtest du endlich Klarheit und Weitsicht wissen, was dein Ding ist und wirklich endlich Schluss machen mit diesen Rumgeeiren, mit dem Verzetteln? Willst du endlich ins Tun kommen und endlich mal dein ganzes Wissen auch umsetzen? Das Gefühl haben, boah, das ist es jetzt. Ich habe es endlich gefunden. Herzensverbindungen auch spüren und dich endlich entscheiden können, vor allem auch für eine Sache. Du hast schon so viel Wissen konsumiert. Irgendwann ist auch mal Schluss. Du musst jetzt umsetzen. Und genau dafür ist meine Gruppe da. Ich habe eine Gruppe gegründet für vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten, speziell für Frauen, genau wie du, ich dir kostenlos Coaching gebe, dich dabei unterstütze, wie du endlich ins Umsetzen kommst, wie du deine Positionierung findest, wie du deinen Platz findest hier auf der Erde. Wenn du endlich ready bist, wirklich durchzustarten und zu sagen, hey, ja, ich will Klarheit. Ich will jetzt endlich wissen, was mein Ding ist. Ich möchte nicht mehr weiter reden und konsumieren, sondern ich möchte jetzt wirklich ins Tun kommen und dann bist du bei mir in der Gruppe genau richtig. Deswegen komm in meine Gruppe. Fuscht die Botte. Komm in meine Gruppe. Es ist zum Haargelaufen. Wie hältst du das heute mit mir aus? Du armer, schlatt dich zum Essen jetzt gleich ein Stück Hunger. Sehr gut, dich auch. Ja, super. Und Kaffee zur Beruhigung. So, prima. Also. Klappe. Die Hundertste. Ich konnte es mit dem Thema.